Jetzt werden es heuer 41 Jahre, dass ich bei der Firma Steinbach bin. Mir hat das immer sehr gut gefallen. Das ist eine Familie im Betrieb und da bin ich eigentlich von Herrn Steinbach-Senni war sehr geschätzt worden. Er hat gesagt, ich kann sogar einem Papst ein Kondom verkaufen. Von Anfang an bin ich aufgenommen worden und jeder war sehr zuvorkommend und freundlich und hat auch versucht, den anderen weiterzuhelfen. Ich gebe mir einfach schon mit Freude ins Büro. Mich motiviert an meiner Arbeit sehr die Vielfalt. Außerdem arbeite ich in einem sehr internationalen Team, also mit Kollegen aus Deutschland und Frankreich. Ich bin seit 2009 dabei und nach fünf Jahren bin ich dann Mama geworden. Als berufstätige Mama ist immer einiges los. Da ist man schon in der Rush-Aufung gelebt, muss ich sagen. Wenn da jetzt irgendwelche Dinge sind, ein Kind wird krank oder es sind Arzttermine, die dann einmal spontan stattfinden müssen. Das war nie ein Thema. Da kann ich mich immer am Support vom Unternehmen verlassen und das ist eigentlich nie kompliziert oder irgendwas. Richtig schön finde ich, dass kein Tag wie der andere ist. Wir haben viel Praktisches hier im Labor, aber auch gleichzeitig viel am Computer. Ich wollte eigentlich immer schon irgendwas Handtötiges machen mit meinen Händen. Ich wollte nie in einem Büro sitzen. Bei der Mascheinen-Werkzeugwartung, das ist eigentlich wie Lego-Technik für Erwachsene, kann man sich vorstellen. Was mir gefällt, wenn ein Maschein-Eck zum Beispiel Störungen hat und überhaupt nicht läuft, dass man Sachen ausprobiert und tüftelt und wenn man dann das Teil verändert, was auch ein paar Tage tun kann und das funktioniert dann, dann hat man Freude daran. Das ist eigentlich das Allerschönste, da zu arbeiten, ist dieser Team-Spirit. Da haben sich schon sehr viele Freundschaften gebildet und die Freundschaften werden auch in unseren Betriebsausflügen gestärkt. Es ist wirklich so, dass man sich oft nach der Arbeit noch trifft auf einen Spritzer oder einen Afterwork-Drink. Dazu bietet sich unser Poolhaus perfekt an. Das ist unser eigenes Lokal. Es sollte einfach für jeden ein bisschen was dabei sein. Dass es halt jeden Tag was Vegetarisches gibt und was Fleischiges und dann gibt es noch eine dritte Speise. Poolhaus ist ein Traum. Da gibt es ein gutes Bier und ein gutes Gesprätzte. Das ist so der Hotspot und der Treffpunkt für alle Kollegen und Kolleginnen. Wir haben natürlich auch einen eigenen Mitarbeiterpool und ich freue mich schon im Sommer, wenn es warm wird, dass wir alle mal baden gehen können. Genauso ist auch erwähnenswert unser Tiefgarage, wo man jeden Tag einen fixen Parkplatz hat. Also man muss nicht draußen parken, man muss nicht jeden Tag einen Parkplatz suchen. Also so ein Tiefgarage hat schon was. Ich mache schon gerne Sport und dadurch, dass wir jetzt auch Fitnessstudio haben in unserem neuen Bürogebäude, kann ich das natürlich mit dem A-Wengel verbinden. Ich habe eine Neuchel auf Pension und ich möchte natürlich das noch genießen. Vielleicht kann ich als Gast noch eine Neuchel kommen. Das macht wirklich Spaß. Ein Stück weit wie eine grössere Familie. Mein Team ist super, deswegen gefällt mir diese Arbeit. Einfach viel Spaß. Ich habe jetzt aber auch gerne etwas in der Gerechsempfehlung. Ich hoffe, ich schaffe mich auch einfach. Es geht bis zum nächsten Mal. Also bei uns außerhalb des Gerechsempfehls, wir sind sportlich, wir sind für Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017